Revolutioniert meinen Kleiderschrank. What? Hello ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Video, ob das ich mich extrem freue. Denn ich war so ein bisschen am YouTube suchten, Pinterest suchten und habe dann ein super, super easy peasy DIY gefunden, was jeder von euch nachmachen kann, ohne Probleme. Hauptsache ihr könnt mit Nadel und Faden umgehen, beziehungsweise habt ihr irgendwie eine Nähmaschine zu Hause. Und mit diesem einfachen, super easy peasy Teil, wofür man kein Schnittmuster braucht, nichts. Ich werde euch alles erklären, kann man angeblich sieben verschiedene Styles stylen. Übelst krass, ich weiß und ich habe noch nichts ausprobiert. Ich bin so gespannt, ob das klappt und ich dachte einfach mal, ich muss das mal für euch austesten, ob das wirklich so gut funktioniert. Auf Instagram hatte ich mit euch abgestimmt, welcher Stoff es werden soll. Und zwar ist am Anfang der altrosane Stoff rausgekommen. Ich hatte euch auch noch so einen gelben Stoff zur Auswahl gestellt, den fanden die alle irgendwie nicht so cool. Am Ende hat irgendwie dann doch der rote Stoff gewonnen. Und dann bin ich nochmal kurz zurück in den Laden, weil die Abstimmungsergebnisse sich geändert hatten. Und dann habe ich nochmal den roten Stoff gekauft. Das heißt, falls euch dieser Teil hier gefällt, dann gebt dem Video sehr gerne ein Däumchen nach oben. Vergesst nicht auch, mir auf Instagram zu folgen. Und dann gibt es auf jeden Fall einen zweiten Teil, weil dann können wir auch einfach mal wieder zusammen auf Instagram abstimmen. Was für Stoffauswahl und sowas das für die Videos gibt und was so gediy'd wird und sowas. Diese ganzen Entscheidungen fallen nämlich dort. Das ist wie gesagt der allererste Link unten in der Infobox. Und natürlich dürft ihr sehr gerne den Kanal abonnieren, falls euch das gefällt. Jetzt fangen wir aber erstmal mit dem DIY an, bevor wir zu den verschiedenen Kombinationen kommen, damit das auch jeder von euch zu Hause nachmachen kann. Für dieses DIY brauchen wir erstmal unsere Maße. Und zwar brauchen wir drei verschiedene. Erst einmal euer Hüftmaß. Bitte notiert euch alle drei Maße. Und zwar ist das Hüftmaß das Maß, was wirklich an der breitesten Stelle eurer Hüfte entsteht. Dann brauchen wir das Schrittmaß. Das ist einmal von Taille bis Taille hinten einmal durch den Schritt. Auch das bitte einmal notieren. Und als drittes noch die Länge von Taille bis zum Fuß. Ich klemm das einfach unter den Fuß und dann könnt ihr es ganz einfach ablesen. Nun entwerfen wir super einfach einmal unser Schnittmuster. Und zwar habe ich hier extra einmal eine Illustrierung für euch. Und zwar brauchen wir zwei große Stoffrechtecke. Oben einmal die Breite und zwar euren Taillenumfang plus 10 cm. Und bei der Länge einmal eure Taille bis Fußlänge plus 5 cm. Das ist dann letztendlich ein Rechteck. Und von diesem Rechteck brauchen wir zwei Stück. Dann greift ihr euch euren Stoff. Es ist wichtig, dass es ein elastischer Stoff ist. Ich habe einmal Viskose Jersey genommen. Ich finde ihn super, super angenehm. Und habe da dann einfach mit meinem Maßband und Lineal und Stift und Schere diese beiden Rechtecke einmal ausgeschnitten. Die Kamera ist mir dann kurzzeitig abgekratzt. Deswegen hier einfach nochmal zum Verdeutlichen. Ihr habt dann als Ergebnis zwei Rechtecke. Dann müssen wir noch einen weiteren Schnitt mit einfügen. Und zwar muss da einmal ein U-förmiger Schnitt mit eingefügt zwar werden. Und zwar genau in der Mitte eures Stoffes. Und zwar oben an der Breite. Also euren Taillenumfang. Nicht die Länge. Ganz wichtig. Und da könnt ihr einmal euer Schnittmaß mit einberechnen. Oder vielleicht habt ihr so ein rundliches Lineal. So ein Schneiderlineal. Oder vielleicht habt ihr so wie ich so ein Schnittmuster von der Hose zur Verfügung. Da das auch genau meine Größe ist und ich weiß, dass es mir passt, kann ich das einfach übertragen. Also abstecken und einmal runterschneiden. Ansonsten eine U-Form, so wie ihr sie da seht, auch wenn es nur ungefähr ist, wird funktionieren. Keine Angst. Ihr müsst da wirklich nicht zu 100%ig genau sein. Dann habt ihr so einen Stoff. Und wie ihr seht, ich habe das vorher in die Hälfte gefaltet. Einfach damit dieses U symmetrisch wird. Genau das gleiche macht ihr einmal mit eurem zweiten Quadrat. Also mit eurem zweiten Rechteck. Und da schneidet ihr dieses U dann auch einmal raus. Dann habt ihr also zwei Rechtecke mit dieser U-Form oben an der Taille. Und die könnt ihr dann einfach erstmal zur Seite legen. Denn wir brauchen jetzt noch ein weiteres Schnittteil. Und zwar brauchen wir einmal vier Streifen. Und zwar sind die alle gleich groß. Je nachdem, was für eine Größe ihr habt. Ich habe oben mal einfach mal eine Beispieltabelle dazu getan. Ich denke, ihr versteht es ganz gut. Einfach mal plus 10 cm. Je nachdem, welche Größe. Und die Breite ist immer 10 cm. Auch diese Streifen schneidet ihr jetzt einfach von eurem Stoff aus. Ich habe das Ganze einfach wieder im Bruch einmal gelegt, weil ich es leichter finde. Und zusätzlich meine Schneidematte und meine Schneiderolle genommen. Weil ich finde, so kann man einfach am geradesten diese Streifen einmal runterschneiden. Mit Schere und so geht es natürlich auch. Da braucht ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Geduld. Und wie ihr seht, wenn man es dann aufklappt, habe ich dann 80 cm und 10 cm Streifen gehabt in der Breite. Und alle diese Streifen werden nun einmal festgesteckt. Ihr legt erstmal den schönen Seite des Stoffs nach oben. Faltet es dann in die Hälfte. Und dann steckt ihr diesen ganzen Streifen einmal von oben bis unten mit Sicherheitsnadeln. Ne, es sind keine Sicherheitsnadeln. Abstecknadeln einmal fest. Denn diese längliche Seite, also die Länge, wird dann komplett einmal bis runter abgesteppt. Denn wir brauchen natürlich, also genäht. Denn wir brauchen natürlich vier verschiedene, also vier gleiche Streifen. So rum. Hier seht ihr einmal, wie ich alle Streifen einmal abstecke. Dann können wir es nämlich auch direkt an die Nähmaschine machen. Und da näht ihr jetzt einfach einmal komplett runter. Ihr könnt das auch mit der Hand machen, das funktioniert. Nur das Ganze dauert natürlich einfach ein bisschen länger. Oder ihr fragt vielleicht jemanden, der eine Nähmaschine hat und leiht euch das einfach mal aus. Es ist wirklich easy peasy. Und wie gesagt, es lohnt sich das zu lernen. Dieser Streifen wird dann einmal umgedreht. Ich denke, für die meisten ist das wahrscheinlich klar, weil sie selbst sowas schon mal genäht haben. Wenn nicht, einfach komplett einmal durchführen. Dann ist die Naht nämlich in. Und dann müsst ihr noch ein Ende, also nicht beide. Es reicht, wenn ihr nur eins macht, das einfach umdrehen und dann auch nochmal versäubern. Also vernähen, sodass das Ganze nicht so komplett ausfranst. Ihr könnt es auch offen lassen, wenn ihr es schöner findet. So. Dann haben wir vier Streifen. Und nun müssen wir nochmal was nähen. Denn wir greifen uns jetzt diese großen Rechtecke, wo wir das U-Ausgeschnitt hatten. Und legen die schöne Seite des Stoffes nach oben. Und legen dann das zweite Stück drauf mit der schönen Seite nach unten. Also achtet gerade drauf, wenn ihr verschiedenfarbige Stoffe habt. Außer ihr wollt natürlich unterschiedliche Farben außen haben. Das Ganze steckt ihr einmal sauber an dem U fest. Und jetzt näht ihr das komplette U einmal drumherum runter. Wenn ihr eine Overlock habt, nehmt eine Overlock. Ansonsten mit der einfachen Nähmaschine geht es natürlich auch. Und falls ihr es noch versäubern wollt, könnt ihr noch einen Zickzackstich nehmen. Aber ich fand das so wirklich super easy. Und ihr müsst wirklich nur das U nähen. So sieht es dann nämlich aus. Und gerade auch, wenn ihr das aufklappt an der Seite, seht ihr dann, dass wirklich nur dieses U vernäht ist. Und mehr brauchen wir da jetzt auch nicht mehr zu machen. Außer natürlich, dass wir die vier langen Träger noch hinzufügen. Die habe ich einmal festgesteckt. Und zwar auf der Innenseite dieses ganzen Konstruktes. Also in dem Fall einmal oben, wenn ihr es aufklappt. Auf der anderen Seite dann einmal unten. Das heißt, die Innenseite ist immer da, wo ihr sozusagen die Naht habt. Das Ganze wird natürlich noch einmal festgenäht. Und dann seid ihr mit dem DIY auch schon komplett fertig. Super easy. Und ich muss sagen, vielleicht ein Zeitaufwand von so einer Stunde. Ich hoffe wirklich so sehr, dass ich das Ganze sehr verständlich für euch erklären konnte. Bitte lasst es mich wissen. Oder was ihr gerne besser hättet, wenn es ums Thema Erklären und DIYs geht. Ich habe jetzt hier das fertige Teil. Es ist ein riesen, riesen Stück Stoff. Und jetzt werden wir das Ganze zusammen kombinieren. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was funktioniert und was eher nicht so funktioniert. Ich werde hundertprozentig ehrlich mit euch sein. Wir fangen erst mal mit dem Jumpsuit an. Dafür nehme ich mir zwei von diesen, ja, Trägern, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und binde sie hier als Neckholder. Das Ganze steckt man jetzt so nach innen. Sieht doch schon mal gut aus, ne? So, und jetzt haben wir da unten ja diese anderen beiden Träger und das U, was wir jetzt zusammen genäht hatten. Das ziehen wir jetzt hier unten durch angeblich. Ey, wenn das funktioniert, dann ist das Einzige, was ich in meinem Leben jemals tragen werde. Ich habe es jetzt unter dem Schritt durchgezogen. Ich habe jetzt einmal hier ein Bändel und einmal hier ein Bändel. So, jetzt muss das hier ein bisschen locker hier hängen. Und das muss jetzt einmal so rumgeführt werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Dann werden die hier einmal überkreuzt und nochmal hinten drum gewickelt. Und jetzt könnt ihr entweder die Schleife vorne oder halt hinten binden. Ist ja eigentlich völlig wurscht, hauptsache es hält. What? Never ever, never ever. Leute, das revolutioniert meinen Kleiderschrank. Es revolutioniert meinen Kleiderschrank. What? Jetzt mal ohne Mist, ich bin schon von der ersten Kombination extrem geflasht. Wenn ich mir dieses Teil vorstelle, wenn ich irgendwo abends am Strand bin oder nach dem Duschen im Sommerurlaub oder auch so im Sommer nach dem Duschen und mich einfach nur noch in meinen Garten legen will, zack, 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 fertig angezogen. Und das Coole ist, ich muss nichts über die nassen Haare ziehen, sondern kann das einfach von unten rum alles binden. Okay, wir machen weiter mit der nächsten Kombination, weil look at this. Wow. Ich habe ein neues Lieblingsteil. Okay, wir machen weiter. Wir haben ja noch Sex to go. Das nächste, was wir machen, ist ein Kleid. Also wir gehen jetzt weg vom Thema Jumpsuit hin zu einem Kleid. Wow, so schnell ist man wieder nackig. Ich habe das vom Jumpsuit jetzt einfach mal oben behalten und habe jetzt hier so einen einfachen Knoten drin. Jetzt muss ich, glaube ich, hier unten am Rücken noch einmal einen Knoten reintun. Und dann habe ich sozusagen hier so ein Rückenteil und kann die beiden jetzt wieder nach vorne nehmen. So, das muss ich jetzt hier vorne einmal festknoten. Ah, ha, 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 okay, alles klar. So, ich habe jetzt von hier oben, höppelst einfach mal das da genommen. Ähm, so passt es da besser. Dann haben wir hier nämlich auch die Bändel und all das füllen wir jetzt hier einmal drum. Das lassen wir hier noch ein bisschen seitlicher fallen, damit das hier vorne nicht so viel Falten wirft. Einmal so drumherum. So, und jetzt, glaube ich, müssen wir das einmal so einknicken. Genau, so. Dann können wir die Schleife nämlich diesmal hier platzieren. Das ist jetzt das erste Kleid. Ich glaube, es gibt noch mehr Kleider. Ähm, das hat schon einen sehr hohen Beinschlitz. Also, ich finde das jetzt nicht blöd. Ich finde das auch ganz schön. Es ist auch wieder rüppelfrei und hat halt diesmal dieses spezielle Detail am Rücken. Also, auf jeden Fall eigentlich ganz cool. Beinschlitz ist sehr hoch. Dementsprechend würde ich jetzt, glaube ich, einfach als Strand so Bikini-Überzug tragen. Also, über dem Bikini drauf, zubinden. Hat mal ein Kleid, mit dem man schnell irgendwie dann ins Restaurant, so die Beachbar reingehen kann und so ein bisschen verdeckt ist. Jetzt, wo wir ein Jumpsuit und ein Kleid haben, machen wir doch erstmal eine Hose. Und zwar eine lange Hose, auf die ich mich sehr freue. Die finde ich irgendwie auch irgendwie noch so das Offensichtlichste ist, was man damit machen kann. Vielleicht denkt ihr euch jetzt so, mhm, bestimmt und wie. Wir greifen uns jetzt wieder den Teil mit zwei Bändel. So, und dann einmal hier um die Taille rum. Hinten die beiden Bändel überkreuzen. Habe ich überkreuzt? Ja. So. Vorne könnt ihr sie, wenn ihr die Bändel sehr lang gemacht habt, ich meine, ihr könnt ihr sie natürlich auch kürzen, dann könnt ihr sie einfach nochmal überkreuzen und könnt das Ganze hinten zusammenbinden, falls ihr das cooler findet. Außer ihr sagt, ihr wollt es irgendwie super eng und wollt diese erste Schleife auch komplett verdecken, dann würde ich vielleicht nochmal drum gehen, sodass halt das hier sehr, sehr kurz wird. Jetzt haben wir die Hose, aber nee. So, jetzt führen wir wieder diese beiden Bändel einmal hinten durch den Schritt durch, so wie beim Jumpsuit auch. Hinten wir hinten auf. Achten, dass alles richtig herum ist. Dann führen wir diese Bändel einmal vorne drum. Überkreuzen das, sodass es halt auch ein bisschen nach was aussieht. Vielleicht ein bisschen ordentlicher. Hinten einmal überkreuzen, vorne und jetzt einfach vorne eine schöne Schleife machen. Das ist also die Hose. Ich muss ehrlich sagen, ich liebe die Hose. Ich glaube, es wird insgesamt mein Lieblings-Ausfit, weil ich finde, die fällt einfach so schön. Und vor allen Dingen so viskose Jersey ist halt super angenehm. Hier ist halt alles auch gar nicht freizügig oder sowas. Es schmiegt sich super schön an, finde ich. Es sieht hier vorne richtig schick aus. Ich meine, man kann jetzt nur ein schickes Oberteil anziehen. Ich finde, man kann auch eine Bluse dazu anziehen. Es sieht irgendwie einfach schick aus. Dadurch, dass es hier halt einfach nicht versäubert ist, die Kanten, rollt sich das ein. Finde ich persönlich nicht schlimm. Müsst ihr natürlich entscheiden, ob ihr das schlimm findet und lieber versäubert. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin so begeistert. Ich finde es mega cool. Lasst mir sehr gerne eure Meinung zu der Hose da. Aber nun von der Hose wieder zu einem Kleid. Und vielleicht tragt ihr ja lieber One-Shoulder-Varianten. Ich mache jetzt hier einfach erstmal einen Knoten rein. und gehe dann wie mit so einer Umhängetasche rein. So. Das können wir jetzt mal schön festziehen. Jetzt haben wir hier so eine Einschulter-Geschichte. Jetzt sollen wir angeblich einmal nochmal hier so einen Knoten machen. So, dann machen wir hier einen Knoten. Und jetzt können wir die beiden Fäden wieder nach vorne führen. Und haben dann hier oberhalb wieder eine Schleife. Schön. Führen das entgegengesetzt herum. Also weg von der Schulter. Hier drum. Und können dann... Das komplett drum wickeln angeblich. Dann einmal durch die andere Schleife durchführen. Damit es auch hält. Und dann hier unten drunter verstauen. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde es glaube ich wahrscheinlich hier binden. Weil irgendwie ist mir das ein bisschen unsicher. Etwas einfach nur festzustecken. Aber jetzt kann man das Band hier drüber schieben. Sodass es halt ein bisschen mithält. Und das alles am Ort hält. Auch sehr interessantes Kleid. Also ist jetzt nicht mein Favorite von den Kombinationen. Aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, um so ein bisschen Schwung in die Sache reinzubringen. Das Einzige, was mich da tatsächlich stört, ist, dass hier dann schon so Stoffgewülste entstehen. Und das ist bei den anderen Varianten nicht entstanden. Das, was uns jetzt auf jeden Fall noch fehlt, ist ein Rock. Deswegen werden wir jetzt mal aus diesem Stoffteil eine Rock zaubern. Warum kenne ich das nicht schon länger? Bei meinem 8-monatigen Auslandsaufenthalt wäre das das Nonplusultra gewesen. Okay, es hätte leider viel zu viel gewogen, um es irgendwo mitzunehmen. Aber ich hätte nur eine Sache mitnehmen müssen, weil ich hätte ja 10 Reha-Outfits gehabt. Ihr müsst den Stoff so fallen, dass ihr hier jeweils zwei Träger habt. Hier jeweils zwei Träger. Und hier in der Mitte dieses Schlitz-Dinges. So, dann kommt der Schlitz hier angeblich an die Seite. Ähm, okay, das sieht ein bisschen strange aus. Dann wickelt man das hier einmal drum. Das passt bei mir gar nicht. Da guckt mein Bubbes raus. So, und dann macht man hier vorne, oder vielleicht lieber an meiner Stelle seitlich, eine Schleife. Versuchen jetzt mal den Stoff hier nochmal nach hinten zu schieben. Und das nach vorne zu schieben. Und das da ist irgendwie fehl am Platz. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das wirklich genau nach Anleitung gemacht. Und da muss ich sagen, gefällt mir leider überhaupt nicht. Ich dachte so, hä, gerade das muss man ja als Rock irgendwie binden können. Aber das rausgucken hier finde ich mega uncool. Und das ist halt auch einfach außer am Strand nicht zu gebrauchen, würde ich jetzt mal sagen. Das wäre mir halt zu, mir persönlich zu freizügig. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aha, es gibt noch eine Rock-Variante, die extra aufgeführt wird. Und die werden wir jetzt mal testen, wenn ich sehen kann, wie ich das jetzt überhaupt wieder falte. Wir müssen sozusagen das U in der Mitte haben. Rechts und links die beiden zusammenführen. Und dann links, rechts und links, links und links und rechts und rechts. So. So. Dann entstehen hier nämlich so, seht ihr diese zwei Dreiecke, die so hin und her springen? Das muss entstehen. So, die werden nach innen geschwungen. Und jetzt, ja, jetzt kann das funktionieren. Jetzt habe ich auch genug Stoff. Und jetzt machen wir einen ganz normalen Wickelrock draus. Also einmal überkreuzen. Da ist jetzt aber ein bisschen viel Stoff, ne? Und dann kann man es hier zusammenbinden. Ja, aber das sieht schon besser aus. Ich muss ja ehrlich an dieser Stelle sagen, der Rock ist nicht meine Favorite-Kombination. Aber why not, um schnell so einen Rock zu binden, wenn man halt nur einen Rock braucht. So. Kommen wir jetzt aber noch zu einer Kleidvariante. Und zwar der trägerlosen Kleidvariante. Die wahrscheinlich auch für sehr viele interessant ist. Wir machen nämlich direkt mit der hier weiter. Weil wir das dann nämlich genauso behalten können. Weil ich mich mega aufwand machen muss. So. Muss ich das vorne drum wickeln? Oder hinten rum? Und rum. So. Das wird jetzt einmal vorne drum gewickelt. Nur über die Brüste. Dann hinten einmal überkreuzt. Und dann hier an der Taille wieder zusammengeführt. Und dann geht das. Aber es geht. Es geht. Es geht. Wer hätte es gedacht? Okay. Wir machen den Test. Bade, 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 bade. Okay, es hält. Ich bin sehr überrascht. Der Schlitz geht vielleicht ein bisschen weiter auf. Das ist aber einfach, weil sich halt diese Stoppschicht weiter nach da schiebt. Da kann man vielleicht mit einer Sicherheitsklammer nachhelfen. Wenn man es wirklich sagt, man trägt diese Variante jetzt länger am Tag. Und nicht mal so kurz als Überbruch. Ähm. Interessant. Why not? Was soll ich euch vorstellen? So ohne Träger. Leute, ich bin geschockt. Aber sehr positiv geschockt. Ich glaube, das wird mein neues absolutes Must-Have für den Sommer. Einer meiner Favorites. Ich glaube, die Farbe ist erstens sehr zeitlos. Zweitens dieser Stoff. Ich habe mich in diesen Viskose-Joursel verlegt. Und drittens, was ist das eigentlich für ein mega geiles DIY-Unteil? Ich könnte ausrasten. Ich feiere das extrem und ich bin sehr gespannt, ob ihr das auch so feiert. Und vor allen Dingen, welche Kombination euch am besten gefallen hat. Also mir persönlich hat am besten auf jeden Fall der Jumpsuit und die Hose gefallen. Das fand ich wirklich ultra geil. Aber vielleicht täuscht mich auch. Vielleicht sagt ihr alle, Sophia, was ist denn das für ein blödes Videoprojekt? Aber falls ihr einen zweiten Teil sehen wollt, vergesst nicht dem Video ein Dörfchen nach oben zu geben. Denn dann bearbeiten wir auch noch diesen roten Stoff, für den ihr abgestimmt habt. Und ich werde mich schlau machen, was es da sonst noch so gibt. Falls ihr das Video natürlich nicht verpassen wollt und noch kein Abonnent des Kanals seid, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und natürlich dürft ihr, wie gesagt, gerne auf Instagram vorbeischauen, falls ihr demnächst mit abstimmen wollt, was für Stoffe und sowas es werden soll. Ich verlinke euch hier ein letztes Kombinationsvideo. Klickt da sehr gerne rein. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis bald. Tschüss.